So, weiter geht. Ich wurde gerade aufgehalten. Moment. So, wir waren hier bei dem Schinken gewesen. Genau, den habe ich euch noch gezeigt gehabt. So, dann haben wir hier einmal diesen Toastkäse. Dann haben wir hier zweimal Hühnersuppe. Einmal Rindfleischsuppe. Ja, dann habe ich hier dreimal Geflügel Mortadella. 200 Gramm. Dreimal. Wie gesagt, ich will hier ein Paket in eine Dose umfüllen. Und die anderen friere ich ein. Genau. Dann habe ich zweimal Bierschinken. Einmal Jagdwurst. Dann habe ich fünfmal die Salami. Das sind jeweils 100 Gramm drin. Ach, habe ich gar nicht gesagt, gell. Also bei der Bierwurst sind 150 Gramm drin. Bei der Jagdwurst sind 200 Gramm drin. Und bei der Flügel Mortadella auch 200 Gramm. Genau. Dann habe ich dreimal Putenbrust Classic mitgenommen. Da sind 100 Gramm drin. Dreimal. Dann kamen mit Delikatesse Leberwurst Fein. 250 Gramm. Dann haben wir hier noch eine zweite Packung. Die haben wir zweimal genommen. Dann haben wir hier einmal Gouda Jung Cremig Mild in Scheiben. 400 Gramm. Der war im Angebot für 1,99. Dann haben wir hier Kochschinken. 200 Gramm. Der war auch im Angebot gewesen. Ach, nee. Von dem Putenbrust habe ich dreimal mitgenommen. So. Sorry. So. Dann habe ich viermal geschnitzeltes syrischer Art mitgenommen. 47,5 Gramm sind da drin. Habe ich vier Tüten mitgenommen. Und ich habe vier Tüten mitgenommen. Das sind 38 Gramm drin. Spaghetti Bolognese und all die anderen Tüten haben wir noch. Die ich euch in meinem letzten großen Haul gezeigt habe. Dann haben wir hier zweimal Spaghetti mit Tomatensauce und geriebenem Hartkäse. Zwei Portionen. 397 Gramm. Die hier. Die Soße tue ich immer auf meine Art verfeinern, damit die ein bisschen besser schmeckt. So. Dann haben wir hier Macaroni mit Tomatensahnesauce. Zwei Portionen. 375 Gramm. Die Soße tue ich auch ein bisschen für uns verfeinern. Dann schmeckt die besser. So. Dann kam mit Spitzenlandkornreis im Kochbeutel. 500 Gramm. Der kommt mit. Dann kam mit. Der war auch im Angebot. Von Kaufland. Bro Plus Trink. In Erdbeergeschmack. Mit El Kassai. Ja. Keine Ahnung. 6 x 125 Gramm. 1% Fett mit Milchanteil. Die trinke ich sehr, sehr gerne morgens. Genau. Dann haben wir den mitgenommen. Den Tee. Der war im Angebot für 1,99 von Messmer. Himmelszauber Winterpunsch. Winterpunschmandel. Sind 20 Beutel drin. Früchte, Tee. Mit Aprikosenmandelaroma. Jetzt noch winterlicher. 70% Früchte. Genau. Den wollten wir mal probieren. Hört sich ganz lecker an. Und dann haben wir von jedem ein mitgenommen. Diese Essschnitten. Die waren für 50 Cent im Angebot. Da haben wir einmal mitgenommen mit Vollmilchnuss. Da sind ja jeweils 8 Stück drin. Für 50 Cent waren die. Dann haben wir einmal zartbitter. Esse ich sehr, sehr gerne. Dann einmal Vollmilch. Und einmal weiße Schokolade. Dann ist die nächste Rossmann-Tüte leer. So. Ja, im Lidl hatte mein Mann noch einen Energy-Trink. Genau, der hat er schon getrunken. Und ich hatte mir hier so einen Eistee Pfirsich mitgenommen. 0,5 Liter sind da drin. Die sind jetzt neu bei Lidl. Die kenne ich normalerweise nur in großen Flaschen. Und jetzt gibt es die auch in so kleinen Flaschen. Ist zwar 25 Cent Pfann drauf. Ja, ganz normal. 0,5 Liter sind da drin. Aber für unterwegs. Ganz cool. Ganz praktisch. Dann war ich im Fressnapf. Da habe ich für meine Snow White von Fit & Fun dieses Futter mitgenommen. Zwerdkaninchenfutter. 3 Kilo. Das kennt ihr von meinem Holz auch mittlerweile. Die hier haben wir schon gegessen. Dullano, Delikatesse, Geflügel, Wiener Käse, Paprika. 300 Gramm. Das sage ich euch ganz einfach und flockig. Die haben wir zwischendurch im Auto gegessen. Ist auch kein Verbrechen, weil es gibt so viele Leute, die unterwegs sind und auch im Auto essen. Dann waren wir im Action. Im Action habe ich mitgenommen. Für 1,99 Euro. Von Darf Original. Mein Deo Spray. Ja, cremig. 0% Alkohol. Antitranspirant. 48 Stunden Halt. Ja, bla bla. 52 ml sind da drin. Ist so eine Übergröße. Normalerweise sind die ja nur so groß. Da fehlt ja hier. Das hier. Und ich liebe den Duft. Und meins ist jetzt leer gegangen. Deswegen kam der mit. Dann war im Wochenangebot bei Action. Geht der immer von Mittwoch bis Mittwoch. Äh, von Battle, 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 Neutron. Ja, so eine Gaming Maus. Äh, 1,5 Meter ist der USB Kabel. 4 Step Optik. 6 Buton. Ja, haben wir mal mitgenommen. Für 4 Euro ein paar zerquetschte. Und die ist mit so einem bunten Licht hier. Genau. Die kam mit. Warum wollte ich ausprobieren? Für 99 Cent. Diese, ähm, Duftwachs. Für die, äh, Öllampe. Also, ne? Wachslampe. Öllampe da. Und der Duft, das ist so ein, ähm, frischer, frischer Duft. Also, so sehen die aus. Die kosten 99 Cent. Und da sind sechs Stück drin. Und da bin ich mal ganz gespannt drauf, wie die sind, weil die riechen wirklich gut. Dann kam beim Action mit. Von Pedigree für meine Hunde. 400 Gramm. Dieses, ja, Mini. Ja, Trockenfutter gemischt. 10, ähm, adult. 10 Kilo. Ja. Also, das kennt ihr auch von meinem Holz, gell? Ist nur mit, ähm, ja, Möhren, Mais, Erbsen, allen drum und dran. Haben meine Hunde die andere Tüte auch schon mehr gegessen, deswegen kam das jetzt mal neu mit. Mein Mann hat hier diese Flexscheiben gebraucht. Fünf Stück sind da drin. Dann hab ich wieder gebraucht diese Korrektur-Roller da. Die waren auch günstig. 5 Millimeter mal 7 Meter. Die kennt ihr bestimmt, gell? Wenn man was verkehrt geschrieben hat, kann man drüber machen und kann dann drüber schreiben. Dann kam mit für die Toilette, ähm, 3 Fresh. Ja, in so einem Seeduft. Aktivformel, 3 Kraft, ja. 2 x 45 Gramm. Ich sag mir, die Billigdinger hier, die sind genauso gut wie die ganz teuren Teile. Die machen ja auch dasselbe. So, dann kam mit von A-Force diese Batterien. Die brauchen 2, 4, 6, 8 Stück sind da drin. Die braucht mein Mann. Genau. Dann, das zeige ich euch zum Schluss. Dann kam wieder mit hier dieser, ähm, ja, Frostschutz. Bis minus 26 Grad. 1 Liter für das Auto. Haben wir jetzt gebraucht. Ja, wir machen ja jetzt am Wochenende, ähm, schon die Winterreifen drauf. Jo. Dann, ähm, 8 Stück sind drin. 80 Gramm. Diese Leckerlis mit Huhn für meine Hunde. Kriegen die zwischen. So schmalt. Dann kam mit das Auto-Wochen-Angebot für 2 Euro noch was von Eric. Diese Jasmin und Flores de Pomier. Dieser Duft. Ähm, bis zu 60 Tage halten die. Diese frische Duft hier. Genau. Für unsere Sprühe. Für hier oben und unten im Flur. Dann kamen wir einmal mit diese Beefy. Dann kamen wir mit von Superfin in Duft Richtung Lemon. 1 Liter Spürmittel. Unseres ist noch nicht leer, aber man braucht ja immer. Dann kamen hier dreimal diese Schicken-Jum-Jum-Nudeln mit. Dann von Eric K. meine Lieblingskerze mit in Bratapfel und Zimt. Och, ich liebe die Kerze. Ich liebe die. Hab ich euch schon wie oft gefragt. Dann hab ich auch diese noch mitgenommen. Diese Sherry Plossom Aromatik. Och, die hatte ich schon mal gehabt. Und ich finde die so, so gut vom Action. Och, himmlisch. Ich hab jetzt diese Vanille-Variante. Diese große im Wohnzimmer. Die ist jetzt fast aufgebraucht. Deswegen muss wieder eine neue her. Dann hab ich mir für 99 Cent mal mitgenommen. Von Garnier Skin Aktiv. Die Hydra Bomb Tuchmaske mit Mandeln, Milch, Hyaluronsäure. Ja, sollte 15 Minuten einwirken lassen. Schwärmen alle von. Probieren wir mal aus. Dann kamen wieder mit von Spargo. Diese XXL Wipes. Diese Tücher in Apfel-Duft. 25 Stückchen. Unsere sind jetzt leergegangen. Werd ihr im nächsten aufgebraucht sehen. Jetzt horizon. Und dann... Was?